Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Abgasrückführungstemperatursensor A Stromkreis Was bedeutet das? Dies ist ein allgemeiner Diagnosefehlercode DTC, der normalerweise für OBDI-Fahrzeuge gilt. Dies kann Fahrzeuge von Mazda, VW, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Dodge, RAM und so weiter umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt. Obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren. Bevor die AGR-Systeme Abgasrückführung in den 1970er Jahren effektiv in Fahrzeuge eingeführt wurden, verschwendeten Motoren aktiv unverbrannten Kraftstoff und stießen ihn in die Atmosphäre aus. Andererseits muss ein Fahrzeug heutzutage eine bestimmte Emissionsklasse haben, um mit der Produktion fortzufahren. Die Verwendung von AGR-Systemen hat die Emissionen erheblich verbessert, indem frisches Abgas aus dem Abgaskrümmer und oder anderen Teilen des Abgassystems zurückgeführt und recycelt oder erneut verbrannt wird, um sicherzustellen, dass wir den Kraftstoff, für den wir mit unserem harten Kraftstoff bezahlen, effizient verbrennen Geld verdient. Die Funktion des AGR-Temperatursensors besteht im Wesentlichen darin, dem ECM-Motorsteuergerät die Möglichkeit zu geben, die Temperatur im AGR-System zu überwachen und oder den Durchfluss mithilfe des AGR-Ventils entsprechend anzupassen. Dies ist mit einem herkömmlichen temperaturempfindlichen Widerstandssensor problemlos möglich. Ihr OBD-Diagnosetester Onboard Diagnostik zeigt möglicherweise P040A und zugehörige Codes an, die aktiv sind, wenn das ECM einen Fehler im AGR-Temperatursensor oder seinen Schaltkreisen feststellt. Wie ich bereits erwähnt habe, handelt es sich bei dem System um den Auspuff, der heiß ist. Nicht nur das, sondern Sie haben es auch mit einem der heißesten Bereiche des Fahrzeugs zu tun. Achten Sie also darauf, wo sich Ihre Hände Finger befinden. Selbst wenn der Motor für kurze Zeit ausgeschaltet ist Zeit, der Code P040A Stromkreis des Abgasrückführungstemperatursensors A wird vom ECM eingestellt. Wenn eine allgemeine Fehlfunktion im Stromkreis des AGR-Temperatursensors A festgestellt wird, beziehen Sie sich auf ein fahrzeugspezifisches Reparaturhandbuch, um festzustellen, welcher Teil der Schaltung für Ihre spezielle Anwendung A ist. Was ist der Schweregrad dieses DTC? Der Schweregrad variiert erheblich von Ihrem speziellen Problem. Aber ich würde dies nicht als schwerwiegend einstufen, da das gesamte System lediglich als Emissionsminderungsstrategie für Fahrzeuge eingeführt wurde. Davon abgesehen sind Abgas-Lex weder gut für Ihr Fahrzeug noch undichte oder defekte AGR-Temperatursensoren, sodass Wartung hier eher früher als später der Schlüssel ist. Ein Beispiel für einen AGR-Temperatursensor. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P040A-Fehlercodes können gehören, fehlgeschlagener Smog oder Emissionsstatus Provinztest Motorgeräusche, Klopfen, Rasseln, Pingen und so weiter. Lauter Auspuff Übermäßiger Auspuff riecht Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen P040A-Motorkode können sein, defekter oder beschädigter AGR-Temperatursensor Abgasrückführung AGR-Temperatursensordichtung Undicht gebrochenes oder undichtes Auspuffrohr, in dem der Sensor montiert ist Verbrannter Kabelbaum und oder sensorbeschädigte Kabel Offen, kurz vor Strom, kurz vor Masse und so weiter. Beschädigter Stecker ECM-Problem Motorsteuergerät Schlechte Verbindungen Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P040A? Grundlegender Schritt 1 Das erste, was ich hier tun würde, ist zu überprüfen, ob wir etwas sehen können, indem wir nur den Sensor und das umgebende AGR-System visuell untersuchen und insbesondere nach Abgas-Lex suchen. Überprüfen Sie auch den Sensor und seinen Kabelbaum, während Sie dort sind. Erinnerst du dich, was ich über diese hohen Temperaturen gesagt habe? Sie können die mit Kunststoff und Gummi isolierten Drähte zerstören, überprüfen Sie sie daher gründlich. Tipp Schwarzer Ruß kann auf ein Abgas-Lag in der Umgebung hinweisen. Grundlegender Schritt 2 Viele EGR-Probleme, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, wurden durch angesammelten Ruß im Abgas verursacht, der möglicherweise durch eine Reihe von Faktoren verursacht wurde, schlechte Wartung, minderwertiger Kraftstoff und so weiter. In diesem Fall ist dies keine Ausnahme. Daher kann es sinnvoll sein, das AGR-System oder zumindest den Temperatursensor zu reinigen. Beachten Sie, dass sich in den Abgas-Systemen montierte Sensoren beim Lösen möglicherweise festgefahren fühlen. Denken Sie daran, dass diese Sensoren erheblichen Temperaturschwankungen unterliegen. Daher kann ein wenig Wärme mit einem Oxyacetylen-Brenner nicht für Laien dazu beitragen, den Sensor zu lösen. Verwenden Sie nach dem Entfernen des Sensors Vergaserreiniger oder ein ähnliches Produkt, um den Ruß effektiv zu tränken. Verwenden Sie eine Drahtbürste, um Ruß in übermäßig angesammelten Bereichen zu lösen. Achten Sie beim erneuten Installieren des sauberen Sensors darauf, dass die Gewinde etwas gegen Festfressen geschützt sind, um ein Festfressen zu verhindern. Hinweis, das Letzte, was Sie hier tun möchten, ist, den Sensor im Verteiler-Auspuff zu beschädigen. Dies könnte ein teurer Fehler sein, machen Sie es sich also leicht, wenn Sie den Sensor freigeben. Grundlegender Schritt 3 Überprüfen Sie die Integrität des Sensors, indem Sie die tatsächlichen elektrischen Werte im Vergleich zu den herstellerspezifischen gewünschten Werten messen. Verwenden Sie dazu Ihr Multimeter und befolgen Sie die herstellerspezifischen Pinout-Testverfahren.